...Gurztag gefeiert haben, in diesem Jahr oder auch schon früher. Ihr habt alle, oder ihr kriegt es noch von eurer Krankenkasse, egal ob gesetzlich oder privat versichert, ein schönes Briefchen von Prof. Dr. Karl Lauterbach. Wo ihr euch alle auffordert, euch doch die nächste Aufmischung zu holen, schnellersetzt einfach mal, holt euch euer Impf-Abo ab. Die erste Reaktion war, ab mit dem Ding in den Reißwolf. Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich schreibe ihm einen Brief. Ja, ich habe mich heute hingesetzt und habe Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach, Gesundheitsminister in Berlin, einen Brief geschrieben. Und ich kann nur jedem, der den Brief zu Hause noch hat, und noch nicht plötzlich gesagt hat, sich mir anzuschließen, der müsste mit Briefen, mit Protestbriefen zugeschissen werden, dass er nimmer weiß, ob er Männchen oder weiter ist. Danke.